moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein neues side easter egg zeigen auf der zombie karte terra maledicta bei vengard zombies schritt nummer eins ist ihr müsst erstmal so eine schaufel finden und ich zeige euch jetzt alle vier locations wo ihr die schaufel finden könnt mein ausgangspunkt hierfür wird immer dieses schild sein weil das schön zentral ist ja 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 Das war's. So Leute, wenn ihr dann eine Schaufel gefunden habt, dann müsst ihr nur noch 4 Seiten finden. Diese Seiten müsst ihr ausgraben und zwar gibt es überall auf der Map verteilt so kleine Haufen, die ihr ausgraben könnt mit der Schaufel und wenn ihr Glück habt, spawnt dann eine Seite daraus. Das ist völlig random Leute, es gibt jetzt keinen bestimmten Ort, wo dann die Seite rauskommt, ihr müsst einfach die ganze Map ablaufen und insgesamt 4 von diesen Seiten finden. Wenn ihr dann die Seiten habt Leute, müsst ihr hier von diesem Schild aus nach links laufen und dann hier rüber gehen und hier habt ihr dieses rote Portal. Wenn ihr nah genug dran geht, dann könnt ihr hier an diesen Punkten drumherum die Seiten platzieren und zwar Leute, wenn ihr die Seite platziert habt und die Seite verschwindet, dann war das einfach der falsche Ort. Also platziert erstmal eine Seite Leute, guckt ein paar Sekunden drauf, ob die Seite stehen bleibt. Falls ihr so wie hier despaunt, dann nehmt wieder den ersten Spot, also oben war das erste, wo die Seite nicht verschwunden ist und danach versucht einfach so weiter, bis ihr die richtige Reihenfolge habt. Und wenn ihr dann die richtige Reihenfolge haben solltet und die ganzen Seiten dort platziert habt, dann öffnet sich hier diese Tür und ihr könnt hier die Raygun aufheben. So, das war es dann mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, lass doch ein Like da, schreib mir die Kommentare und falls du kein Abo bei mir hast und nichts mehr in Zukunft verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!